Was viele bestimmt gar nicht mitbekommen haben, heute ist bundesweit der Tag der Organspende. Ausschlaggebend beim Organspenden ist allein der medizinische Tod. Und da gilt, du bist tot, wenn dein Tod festgestellt wird. Raten Sie mal, wer sich heute auf den Straßen von Düsseldorf vehement für Organspende ausgesprochen hat. Karl Lauterbach. Der Mann scheint sich nicht bewusst zu sein, in welcher Gefahr er schwebt mit solch einem Appell. Denn wenn es einen Menschen gibt, bei dem seit Jahren der Hirntod zweifelsfrei feststeht...